Wie auf Schienen läuft der DAX nach oben, als ob es kein Halten mehr gäbe. Gut, es geht manchmal schneller, manchmal langsamer. Das ist man ja von deutschen Eisenbahnen durchaus mal gewohnt. Aber die Richtung scheint zumindest mal einigermaßen fixiert zu sein. Denn wenn wir uns das mal hier angucken, das ist der DAX. Auch nach dem Feiertag in den Vereinigten Staaten das Ganze nach wie vor mit einem Tag höher als der andere. Also zumindest mal, wenn man die Unterseiten sich anguckt dieser Bewegung. Ihr seht hier, das geht richtig schön in die Richtung. Zwischendurch gab es, wenn man genau hinguckt, durchaus mal eine rote Kerze. Sprich, der Tag per se war negativ. Das ist schon der Fall. Aber wenn man mal so guckt hier, die Unterseiten höher, 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 höher. Also es wurde immer wieder ein Stückchen dazugewonnen. Also die Nachrichten scheinen für den DAX nach wie vor gut genug zu sein, dass die Marktteilnehmer sagen, ja klar, das lassen wir mal tapfer weiterlaufen. Entsprechend, ich habe hier sogar die Grafik unten links noch drin. Zum Beispiel hier im 4-Stunden-Chart könnte man es nachziehen nach Parabolik oder Supertrend. Ich habe hier den Supertrend hier unten drin. Mal da ist für diejenigen, die jetzt sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Irgendwie Stop hinterher ziehen. Ja, das scheint eine ganz gute und sinnvolle Lösung zu sein. Klar, gegen hinten, wenn der Kurs jetzt kippt, würde man wieder ein bisschen verlieren. Das ist halt so. Man kann ja nicht sicher sein, dass es nicht auch mal einen kleinen Dreh, mal eine Gegenbewegung gibt. Aber dieses Verfahren scheint eigentlich ganz gut zu sein. In vielen, vielen Trendphasen macht das einen generell guten Eindruck. Und das scheint sich hier ja auch zu bewähren. Also, wer noch gar keine Idee hat, wie er diese Position absichern will, er oder sie jetzt hier rausgehen. Aktuell sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund. Ich rede zwar die ganze Zeit, ja, der Rücksetzer wird kommen, aber es gibt ja noch keine Anzeichen. Also jetzt hier die Position mal im treuen Gehorsam zu schließen, scheint mir wenig sinnvoll zu sein. Es ist nur wichtig, dass wir nicht ganz blauäugig das uns angucken und sagen, ja, der kann nicht drehen. Doch, doch, der steht sogar an, dass es dreht. Aber wann? Wir wissen es alle nicht. Keine Ahnung. Und solange wir es nicht wissen, solange es der Markt noch in keiner Form zeigt, hier bin ich der Meinung, dann bleibt man halt noch mal ein bisschen long. Und dann sieht man einfach den Stop hier hinterher, zum Beispiel jetzt hier gemäß dem Supertrend im 4-Stunden-Chart. Das ist, wer das größere Bild handeln will und sagt, ich will einfach drin bleiben. Und durchaus adäquat. Wem das Ganze zu spooky wird, der kann natürlich diese gleiche Methodik auch auf kleinerer Zeitebene. Aber passt ein bisschen auf. Ihr seht hier 15 Minuten, da geht das Prinzip natürlich auch. Aber ihr seht im 15-Minuten-Chart, da wäre man schon rausgeflogen. Da wäre man schon rausgeflogen. Da wäre man schon alles fehl. Rausflieger. So. Würdet ihr also sagen, doch, diese Einstellung scheint mir sinnvoll zu sein, um hier den Stop zu setzen? Nee. Entweder sollte ich enger stoppen, damit ich dann hier oben rausfliege, diesen Rücksetzer nicht miterlebe. Oder ich muss etwas tiefer liegen, damit ich Rücksetzer ähnlicher Art überlebe. Also ihr könnt bei der Wahl, ich werde häufig gefragt, ja, was ist denn die richtige Einstellung? Naja, die ist ja nicht stabil. Es ist nicht immer, irgendeine Einstellung ist die allerbeste. Sondern ihr müsst gucken, passt in das aktuelle Umfeld dieser Stop für das, was ihr machen wollt. Und wenn ihr sagt, naja, ich möchte drin bleiben und diese Bewegung nicht rausfliegen. Ja, da muss man nicht studiert haben, um zu festzustellen, ja, diese Einstellung ist aber dafür nicht geeignet. Das heißt, diese Einstellung jetzt hier zu wählen ist nicht sinnvoll. Wie gesagt, dann müsste ich halt eine engere nehmen. Das geht ja, dass man 5 Minuten Chart sagt beispielsweise. Mal guckt, wie es hier aussieht. Die ist hier schon besser. Das heißt, man würde jedes Mal, wenn er den größeren Rücksetzer macht, rausfliegen und müsste dann gucken, ob man dann hier irgendwo wieder reinkommt. Wenn ihr sagt, zu mühsam, dauernd rein und raus, hier im 5 Minuten Chart erst recht, dann müsst ihr halt eine Zeitebene größer gehen. Zum Beispiel könnte das sein im 30 Minuten Chart und dann gucken, hat das im 30 Minuten Chart einigermaßen funktioniert? Ja, das geht. Also scheint mir im Moment das nicht so schlecht. Das ist nicht perfekt. Bitte geht nicht davon aus. Ja, da kann nichts schief gehen. Ihr seht, auch hier ist er da mal einmal rausgeflogen. Aber so könnt ihr euch nähern, was ihr erreichen wollt. Wollt ihr eng stoppen, um möglichst viel abzusichern? Wollt ihr weit stoppen, um möglichst wenig aktiv sein zu müssen? Also die Überlegung müsst ihr haben oder euch vornehmen, wie aktiv ihr sein wollt. Wir sind tendenziell eher aktivere Marktteilnehmer. Wir gehen dann auch gerne wieder raus und machen wieder neu auf. Aber ich weiß, dass einige sagen, das kann ich nicht oder ich will das einfach nicht, aber auch andere Aufgaben zu erledigen, als ständig da auf den Markt zu gucken. Dann ist natürlich so ein enger Stop, der einem dann natürlich auch zwingt, dann zu sagen, klasse, jetzt habe ich Gewinnmitnahme. Dann muss ich jetzt hier wieder einen Einstieg suchen. Dann nicht so attraktiv. Na gut. Also das Prinzip denke ich mal habt ihr erkannt. Ich stelle den jetzt mal hier auf standardmäßig fünf Minuten wieder ein. Also es geht jetzt weniger um den Stop, sondern um meine Einstellung hier im fünf Minuten Chart. Ich finde eigentlich im Moment ganz okay, so im vier Stunden Chart. Selbst wenn ihr jetzt sagt, ich kann aber nicht alle vier Stunden nachziehen. Das ist ja mitunter dann auch mal da Intraday. Das ist hier wie gesagt auf den Index. Ihr könnt das gleiche Verfahren natürlich auch überlegen beim Future. Auch beim Future funktioniert das. Aber wenn ihr sagt jetzt hier im vier Stunden Chart, das ist mir zu viel Heckmeck. Ich kann nicht alle vier Stunden gucken. Dann könnt ihr ja trotzdem die Werte hier übernehmen und dann macht ihr halt nur einmal am Tag, zieht ihr auf den jeweiligen Wert nach, wo er dann da gerade steht. Das ist dann zwar nicht super genau, aber das ist dann eben so eine Art. Notlösung, die man dann als Privater vielleicht dann eingeht, weil man dann sagt, ja gut, aber irgendwie irgendein Tod muss ich sterben. So bin ich aber in der Nähe dessen, was sinnvoll ist. Denn wenn ihr das gleiche Prinzip mit diesen gleichen Standard Einstellungen, ich verändere ja meistens die Einstellung nicht im Tageschart. Da müsst ihr euch überlegen, ist euch der nicht zu weit weg? Kann man auch machen, aber das ist schon deutlich weiter weg, wie ihr hier seht, der Stopp. Da finde ich diese Lösung eigentlich attraktiver irgendwie. Na gut, welche richtig ist, das wird man dann im Nachhinein sehen. Aber so könnt ihr selber überlegen, ob ihr sagt, enger abstoppen, mehr mitnehmen an Gewinnen und notfalls wieder aktiv sein müssen oder etwas mehr ins Risiko, also etwas mehr wieder abgeben von den möglichen Gewinnen, die ihr schon habt. Dafür aber nicht bei jedem kleinen Rücksetzer wieder neu eröffnen müssen. Ja, das ist so ein bisschen das Spiel, das ihr spielen müsst nach euren Gesichtspunkten, wie häufig ihr das gucken wollt, könnt und dürft. Zusammengefasst, ich sehe beim DAX im Moment keine Ambition für einen Dreh. Ja, dieser Dreh kann bald kommen. Wir haben jetzt hier nochmal so eine zusätzliche Idee durch den möglichen Widerstand, hier durch den Zwischenhoch. Das ist durchaus geeignet, den Kurs eine Chance für den Dreh zu geben. Ich formuliere es bewusst so vorsichtig, aber das muss der Markt auch erst mal machen. Und wie gesagt, im Moment sieht man es nicht. Gehen wir mal auf den amerikanischen Markt. Der ist ja ebenfalls hier tapfer nach oben gelaufen. Auch der hat hier jetzt eigentlich so eine Zwischenhochmarke erreicht. DAO und DAX sind ja relativ ähnlich aktuell auch. Aus meiner Sicht von der Bewertung ist das so ziemlich, des Bildes sieht das so ziemlich ähnlich aus. Man sieht es ein bisschen abflach. Der Verdacht ist, dass das ein Ending Diagonal ist. Also sprich, dass wir in der Aufwärtsbewegung, die wir hier vielleicht haben, ich mach das mal weg, wo man vielleicht sagen kann, ist das hier so der Impuls und hier hinten nochmal und jetzt hier hinten das Ending. Also ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Ende nahen kann. Aber auch hier gibt es für mich keine Ambitionen, jetzt das Ding zu shorten. Hallo. Welche Ambitionen gibt es? Also im 5 Minuten Chart hatten wir vor kurzem hier diese Situation, wo man sagen konnte Schub runter. Vielleicht hier wackelig hoch. Allerdings ist das Bild hier auch nicht so wirklich schön für wackelig hoch. Wir hatten eine ähnliche Situation vor kurzem besprochen. Da seht ihr, da hatten wir diese scharfe Abwärtsbewegung und wackelig hoch. Und das wäre der Trigger gewesen für die Short-Seite. Er hat aber nicht gemacht. Er ist nach oben raus über die 78,6er und damit ist die Short-Seite eine schicke Idee, aber eben auch nicht sinnvoll von der Umsetzung in irgendeiner Form. Also ihr seht, so richtig schick sieht das im Moment nicht aus für einen Dreh. Okay, es sieht aber auch nicht so toll aus, jetzt einzusteigen, finde ich unattraktiv. Wer drin ist, alles super. Wer nicht drin ist auf der Long-Seite, der muss wohl abwarten, bis ein kleinerer oder größerer Rücksetzer kommt. Das Prinzip habe ich jetzt zu Hause mal schon erklärt, das ist jetzt nichts Neues. Hier im Moment jetzt nicht zu sehen, also ich sehe jetzt hier keine sinnvollen Long-Einstiege jetzt hier auf der Basis, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt mit einsteigen. Sehe ich nicht, würde ich deshalb auch nicht zwingend empfehlen. Jetzt schon zu Shorten? Nee, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Deshalb auch hier so der Verdacht, naja, dann zieht halt den Stopp halt irgendwie hinterher. Ihr könnt hier auf verschiedene Art und Weisen hinterher ziehen. Das Prinzip habe ich jetzt erklärt. Könnt ihr ja mal gucken, was für euch eben praktisch ist, ob ihr sagt, ein bisschen weiter weg oder nicht. Aber ich würde in Anbetracht der erwarteten Rücksetzer-Geschichte, die dann ja ungefähr in die Mitte wieder zurückfällt. Denkt dran 38, 50, 61 Achtermarke. Da haben wir das Potenzial eben tatsächlich bis da so halbwegs in diesen mittleren Bereich rein. Gehen wir auf den S&P, dann werdet ihr sehen, fast gleiche. Ganz genau. Also es ist auch keine große Änderung. Es ist gleiche Argumentation. Noch nicht Short. Rechnet mit dem Rücksetzer. Also seid nicht völlig überrascht. Im Sinne von, das darf jetzt nicht sein. Doch, doch, das ist absolut realistisch, dass das passiert. Sollen wir Shorten? Um Himmels Willen. Ich sehe hier noch keine, das kann vielleicht in den nächsten Stunden anders werden. Wenn der in den nächsten Stunden das macht und wackele ich hoch, dann habe ich da eine andere Meinung dazu. Ein anderes Argument sehen wir vielleicht beim Nasdaq. Deshalb sollten wir uns den nochmal genauer angucken. Ich habe es eigentlich vorher, vor dem Feiertag schon mal angedeutet. Das sollten wir uns jetzt nochmal eine Stufe genauer angucken. Das ist etwas, was wir ja, wenn wir das ein bisschen intensiver im Born for Trading durchgehen, eine Frage, die wir da regelmäßig diskutieren und dann eben ins Klein-Klein reingehen. Und ich nehme euch da jetzt mal mit bei der Überlegung. Also das grundsätzliche Prinzip ist das gleiche. In dem Fall ist allerdings nicht ein Zwischenhoch, sondern das Allzeithoch, nicht das Allzeithoch, Entschuldigung, das Jahreshoch. Hier die relevante Marke, zumindest mal beim Future auf dem Nasdaq 100. Das haben wir erreicht, also zumindest mal kurz mal auch drüber geschossen. Und die Frage ist, haben wir da jetzt ein Zeichen für den Dreh? So ein richtiges Zeichen für den Dreh haben wir nicht. Aber wenn man hier ein bisschen genauer hinguckt im Tageschart, dann sieht das ein wenig nach aus wie eine Wendekerze. Dieser sogenannte Shooting Style. Langer Tail auf der Oberseite, kürzerer Körper auf der Unterseite. Und ich hatte angedeutet, das hatte ich am Mittwoch allerdings gemacht. Gestern haben wir kein Video gemacht wegen Feiertag. Da war dann der Kurs auch quasi nicht bewegt. Märkte waren ja zu. Da habe ich gesagt, wir wissen noch nicht, wie die Kerze am Ende des Tages, also dieser aussieht. Wissen wir noch nicht, weil da lief die Kerze zum Index Update am Nachmittag ja noch. Aber das ist dann das, was wir am Ende des Tages bekommen haben. Und aktuell notiert der Kurs jetzt quasi noch rechts davon. Also er hat da noch nichts getriggert. Eine Anmerkung dazu. Das ist ja sowas wie diese Candlestick Muster und Indikationen wie diese hier. Die geben ja eine Chance eben auf den Dreh an. Ist das überhaupt ein Shooting Star? Hardcore Fans der Candlestick Lehre müssten hier eigentlich noch mal messen. Denn es gibt so eine gewisse Regel, wie lang dieser Tail eigentlich sein sollte oberhalb des Körpers. Jetzt machen wir doch mal einfach diesen Versuch. Dann können wir das mal gemeinsam durchgucken. Die Körperlänge, ich mache das hier so ein bisschen rechts versetzt, ist von der Unterseite bis zu dieser Oberseite. Machen wir das mal ungefähr so. Und dann sehen wir 81 Punkte waren das. Man kann es hier vielleicht nicht so gut erkennen, gerade kann ich das ein bisschen verschieben. 84 sind es sogar. So in etwa von der Unterseite hier bis zur Oberseite hier, so um die 84. So und jetzt machen wir den gleichen Test nochmal. Jetzt messen wir von der Oberseite des Körpers bis zur Oberseite des Tails. Das müsste dann ja 168 sein, es ist aber nur 123. Das heißt, diese eigentliche Bedingung, der Tail ist doppelt so lang, mindestens doppelt so lang wie der Körper, ist gar nicht erfüllt. Das ist also eher so ein Pseudo-Shooting Star. Deshalb kann der Markt natürlich trotzdem da drehen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Und immerhin haben wir Tail auf der Oberseite und das spricht ja immer ganz gut für Dreh. Aber es ist Hardcore-mäßig eigentlich kein Umkehrsignal. Also wer Hardcore-mäßig argumentiert, das ist etwas, was wir typischerweise tun, auch wenn wir dann manchmal vielleicht etwas verpassen. Es ist halt kein Einstiegssignal und deshalb von meiner Seite aus nicht approved für die Short-Seite. Also nicht zu machen. Das heißt nicht, dass wenn es perfekt aussieht, dass es immer klappt. Ihr erinnert euch, wir hatten über dieses hier gesprochen. Der war perfekt. Ich glaube, das müssen wir nicht messen. Man sieht, dass das mehr als doppelt so lang ist wie der Körper. Und trotzdem hat es hier nicht funktioniert. Also das ist nicht gesagt, dass die Candlestick-Theorie regelmäßig nur Gewinne bringt. Aber sie bietet eben sinnvolle Einstiege an mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis. Das hätten wir hier grundsätzlich auch. Das heißt, wer hier etwas ungenauer argumentiert und sagt, naja, ist mir aber egal, wenn wir das Ding triggern, dann setze ich den Stop in hier hin, den Entry hier runter. Und dann habe ich hier eine große Gewinnweite und eine kleine Stop-Weite. Ist das eine Überlegung, die man machen kann? Insbesondere, wenn ihr zum Beispiel bei Aktien sehr long seid und diese Position nicht aufgeben wollt. Einfach damit ihr eine Absicherung habt, zum Beispiel über den Index. Das ist etwas, was ich durchaus akzeptabel finde. Also als alleinstehenden Trade, Standalone sozusagen, finde ich ihn nicht akzeptabel, weil ich ihn nicht sauber genug finde. Aber wenn ihr jetzt ganz viele Long-Aktien habt und die größte Sorge ist, der Markt macht jetzt eine Pause und ihr verliert dann einen Teil eurer Gewinne, die ihr mit den Long-Aktien habt, dann könnt ihr sagen, okay, für dieses Stück gehe ich hier die Short-Richtung ein. Wenn er wirklich runterkommt, verliere ich zwar mit den Long-Aktien, gewinne aber gleichzeitig hier mit dem Nasdaq-Index, also mit dem Kontrakt, den ihr darauf handelt, zum Beispiel im Future und CFD oder irgendein Hebelprodukt, was ihr euch dann raussucht. Und gewinnt ihr dann eben auf der Abwärtsseite damit und könnt damit die Verluste ein bisschen ausgleichen. Klettert der Markt weiter, dann verliert ihr hier zwar, weil der Markt dann ja euch hier ins Minus bringt, wenn er da oben dann ausstoppt, habt aber gleichzeitig ja auch gewonnen bei euren Aktienpositionen. Das heißt, ihr habt für ein kurzes Zeit- oder Wegfenster eure Ergebnisse mehr oder weniger eingefroren. Unter diesem Aspekt, je nachdem wie groß eure Risiken sind und die Notwendigkeit hier Absicherung vorzunehmen, finde ich so ein Trade überdenkenswert. Das müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr das als Standalone-Trade anseht. Da würde ich das nicht nehmen, weil das eben nicht ein sauberes Signal ist und wir müssen uns immer so ein bisschen an saubere Signale, weil sonst fängt man dann an, ja Händler A macht dann so und Händler B, ja es war auch nicht so ganz sauber gewesen, aber ich mache mal trotzdem, dann wirkt das sehr subjektiv. Das ist natürlich spätestens im Team dann nicht mehr attraktiv. Aber unter dem Portfolio-Gedanken finde ich es zumindest mal eine Überlegung wert, ob man das dann machen will, wenn man sehr hohes Risiko hat auf der Long-Seite, damit man wenigstens ein bisschen in der Absicherung kommt, wenn der Kurs hier bricht. Diese gesamte Idee ist natürlich obsolet, wenn der Kurs da oben drüber geht, da muss man darüber sich keine Gedanken mehr machen. Na gut, also so richtig schön ist es nicht geworden. Das bedeutet, dass auch beim Nasdaq der ganz große Verkaufsdruck im Moment noch nicht zu sehen ist. Also die Idee für runter finde ich nach wie vor super, aber die Marktteilnehmer müssen es halt auch machen. Und da haben wir festgestellt, dass von all den vier Indizes, die wir uns angeguckt haben, vom DAO, S&P und Nasdaq in Amerika und der DAX in Deutschland noch nicht so richtig irgendwie zu sehen ist, dass die Marktteilnehmer die Lust verlieren und eben nicht mehr kaufen wollen. Das ist ein starkes Zeichen. Möglicherweise geht die Rallye, die Ende Oktober angefangen hat, sogar vorläufig noch mal ein gutes Stück weiter. Bis dann irgendwann diese Pause kommt, die wird kommen, das ist keine Frage. Aber wann sie kommt, ist im Moment noch nicht zu erkennen. Kleine Vorahnung beim Nasdaq. Naja, viel mehr kann ich euch dazu nicht sagen. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße, toi 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 für alle eure Handelsentscheidungen. Bis zum nächsten Mal.